Am Anfang ist es das Durchhaltevermögen. Auch wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Es gibt keine einfachen Wege oder schnelle Lösungen. Sondern immer nur das Ziel. Dein Training durchzuziehen und dabei dein Bestes zu geben. Du stemmst nicht einfach Gewichte oder läufst Kilometer. Du bezwingst deine Zweifel. Es geht nicht darum, in 45 Minuten das Experts-Level zu erreichen. Nicht heute. Lerne aus deinen Fehlern. Schau nach vorne. Und lass dich von denen inspirieren, die den Weg vor dir gegangen sind. Also Krieger, bezwinge nicht nur das Training, sondern das Leben selbst. Home of Experts. Home of Fitbleiben. Halt.